Was hast du am Wochenende gemacht? Hattet ihr einen gemütlichen Sonntag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wir können uns nicht sicher sein, dass die Krozwibler sie kennen noch richtig sind. Ach Oma, ich chille seit einem Jahr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es ist doch gar nicht Dienstag. Halte deinen Gang zügig und sicher. Schwitzt du? Das ist nicht schlimm. Wenn du sowieso niemandem nahe kommst, wird das auch niemand riechen, oder? Was das Schlimme ist. Wenn man weiß, dass nichts mehr hilft außer da sein. Aber man einfach nicht wirklich nah sein darf. Nicht näher als Mundschutz. Sind das die alte Frau und ihre Enkelin? Nicht näher als Plexiglas. Das ist die Leitlinie. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's.